Es ist Halloween Nacht, keine Seele in Sicht. Ich höre Schritte, wer kommt da? Ich seh einen Geist! Oh nein! Ich seh einen Geist! Lauf weg! Ich seh einen Geist! Es ist Halloween Nacht, keine Seele in Sicht. Ich höre Schritte, wer kommt da? Ich seh einen Zombie! Oh nein! Ich seh einen Zombie! Pass auf! Ich seh einen Zombie! Es ist Halloween Nacht, keine Seele in Sicht. Ich höre Schritte, wer kommt da? Ich seh einen Vampir! Oh nein! Ich seh einen Vampir! Hilfe! Ich seh einen Vampir! Es ist Halloween Nacht, keine Seele in Sicht. Ich höre Schritte, wer kommt da? Ich seh eine Hexe! Oh nein! Ich seh eine Hexe! Rettet mich! Ich seh eine Hexe! Ich seh eine Hexe! Es ist Halloween Nacht, keine Seele in Sicht. Ich höre Schritte, wer kommt da? Ich seh ein Skelett! Oh nein! Ich seh ein Skelett! Versteck dich! Ich seh ein Skelett! Hahaha! Hahaha! Wendy, kannst du bitte runter in den Keller gehen, um mir saubere Handtücher zu holen? Aber Mama, der Keller ist so gruselig! Was ist, wenn da Monster sind? Sei nicht albern, Wendy. Das ist nur deine Fantasie, die dir einen Streich spielt. Monster im Dunkeln, Monster im Dunkeln. Ich muss mutig sein, muss stark sein. Etwas sagt mir, das ist falsch. Monster im Dunkeln, Monster im Dunkeln. Monster im Dunkeln. Hey, was ist das? Hey, was ist das? Ist das ein Geist, der da schwebt und immer näher kommt? Oh, Moment mal! Es sind nur alte Mäntel. Hahaha! Puh, das war gruselig. Lass uns weitermachen. Monster im Dunkeln, Monster im Dunkeln. Monster im Dunkeln. Hey, was ist das? Hey, was ist das? Ist es eine Hexe? Glühende Augen, spitze Nase. Oh, Moment mal! Es ist nur der Kühlschrank. Puh, das war knapp. Monster im Dunkeln, Monster im Dunkeln. Monster im Dunkeln. Hey, was ist das? Hey, was ist das? Ist es eine Mumie, die dort auf den Boden kriecht? Oh, Moment mal! Es ist nur ein Häschen. Hahaha! Puh, ein Haas ist nicht gruselig. Monster im Dunkeln, Monster im Dunkeln. Monster im Dunkeln. Hey, was ist das? Hey, was ist das? Ist es ein Wolf? Spitze Zähne, flaschiges Gesicht. Oh, Moment mal! Es ist nur ein Regal. Hahaha! Puh, Bücher erschrecken mich doch nicht. Hahaha! Monster im Dunkeln. Monster im Dunkeln. Monster im Dunkeln. Hey, was ist das? Hey, was ist das? Ist es eine Eule? Mit gruseliger Augen, scharfe Klauen. Oh, Moment mal! Es sind Mamas Handtücher! Hahaha! Ich habe Mamas Handtücher gefunden. Lass uns nach oben Süßigkeiten essen. Ja! Monster im Dunkeln. Monster im Dunkeln. Wir waren tapfer, wir waren mutig. In dem kalten, finsteren Keller. Monster im Dunkeln. Monster im Dunkeln. Keine Monster! Monster im Dunkeln. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Huuu! Ha ha ha! Eine Gruselnacht, sei willkommen zum Gruselbeil, komm herein, schau dich dumm, man könnte sich erschrecken. Alle sind verkleidet, viel Süßes und Snacks, alle haben Spaß in der Gruselnacht. Es ist ne Gruselnacht und nur ein Blick reicht, um sich zu erschrecken. Aber es wird nicht passieren, denn es ist nur ein Spiel. Was für eine Gruselnacht, sei willkommen zum Gruselbeil, komm mach mit, wir haben Spaß in unseren Kostümen. Ich bin ein Zombie, das ist wahr, und ich kann für dich tanzen, ich kann wie ein Zombie tanzen in der Gruselnacht. Was für eine Gruselnacht, sei willkommen zum Gruselnacht, komm mach mit, wir haben Spaß in unseren Kostümen. Ich bin der Hexe, ja das stimmt, und ich tanze für dich, ich mach den Hexentanz in der Gruselnacht. Was für eine Gruselnacht, sei willkommen zum Gruselnacht, komm mach mit, wir haben Spaß in unseren Kostümen. Ich bin ein Werwolf, ja das stimmt, und ich tanze für dich, ich mache den Werwolf-Tanz in der Gruselnacht. Was für eine Gruselnacht, sei willkommen zum Gruselnacht, komm mach mit, wir haben Spaß in unseren Kostümen. Ich bin ein Skillet, ja das stimmt, ich kann für dich tanzen, ich kann für dich tanzen, ich kann wie ein Mumien tanzen in der Gruselnacht. Was für eine Gruselnacht, sei willkommen zum Gruselnacht, komm mach mit, wir haben Spaß in unseren Kostümen. Ich bin ein Skillet, ja das stimmt, ich kann für dich tanzen, ich kann einen Skillet tanzen in der Gruselnacht. Es ist eine Gruselnacht und nur ein Blick reicht, um sich zu erschrecken, aber es wird nichts passieren, denn es ist nur ein Spiel. In der Gruselnacht. In der Gruselnacht. In der Gruselacht. In der Gruselnacht. Was auf! Du-Bi-Du-Bi-Di. Ankenstein! Hook-Yah! Schau mich an in den Tanzschuhen Hier einen Schritt, schwing das Bein Wir tanzen den Frankenstein Tanzen Frankenstein Zabadubadie, zabadubadu Kommt herbei und schaut mir zu Eins zu zwei und drei zu vier Den Frankenstein tanzen wir Tasse Frankenstein Hotdog Tasse Frankenstein 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 Schau mich an Wie fühlt er sich an? Freut mich an Tanzen Frankenstein Tasse Frankenstein Tasse Frankenstein Wutsche Wutsche hier Wutsche Wutsche da Dreh dich rum wie ein Superstar Hand in den Kopf Kopf an den Bein Und du du und 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 du Tassi Frankenstein Tassi Frankenstein Los geht's Ticke Ticke Tu, Ticke Ticke Da Schau ein Geist, wir sind wunderbar Grusel dort und Grusel hier Frankenstein Hier bin ich Tassi Frankenstein Kokosal Tua, Tui, Tua, Pappapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap